Die Betriebsratswahlen haben für die IG BCE eine herausragende Bedeutung. Wir verbinden damit klare Ziele. Wir wollen sichtbar werden bei den Kolleginnen und Kollegen und wir glauben, dass gerade bei den großen Veränderungen in der Arbeitswelt die Organisation der Arbeit, das sind wir als Gewerkschaft, natürlich von den Kolleginnen und Kollegen auch wahrgenommen wird. Konkret bedeutet das, wir wollen natürlich möglichst viele Kandidatinnen und Kandidaten der IG BCE in den Betrieben gewählt bekommen. Wir wollen jünger und weiblicher werden. Das haben wir uns als IG BCE insgesamt vorgenommen, aber das muss auch bei den Betriebsratswahlen klar und deutlich sichtbar werden. Und wir müssen ein Spiegelbild der Beschäftigten sein. Und das alles hat Berücksichtigungen gefunden in unseren Ansprachekonzepten, in den Materialien. Und wenn wir es gut machen, wird das eine große Chance für die IG BCE mit der kommenden Generation von Betriebsräten da zu sein.